Musik 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 Servus die Malen und grüß euch die Wurmen, das werdet ihr jetzt schon länger nicht gehört haben, ich glaube das ist schon fünf Wochen her und so wie es im Titel ausschaut, werdet ihr das wahrscheinlich auch länger nicht mehr hören oder vielleicht auch gar nicht mehr. Ja Freunde, was ist passiert in der Zwischenzeit? Eigentlich nicht viel, mir geht es brennend nach wie vor, ich habe alles im Griff, alles Paletti, aber das Einzige was mich schon gegen die letzten zwei Videos gestört hat, es fehlt bei mir irgendwo ein bisschen der Schwung, der Elan, der Päb. Es ist einfach nicht mehr da und ich habe das von Anfang irgendwann gewusst, irgendwann wird es soweit sein, wo ich dann quasi YouTube an einen Nagel hänge wahrscheinlich, weil es mich einfach nicht mehr gefreut. Ja, ich will da gar nicht lang um einen heißen Brei, aber dumm reden. Ich habe jetzt auch fünf Wochen kein einziges Video geschaut und mache auch auf Instagram und Facebook nichts, ich schaue zwar ab und zu rein, aber es ratzt mich einfach nicht mehr. Es ist die Luft einfach draußen, mich gefreut es nicht, mich gefreut es nicht, mich gefreut es nicht. Und in dem Sinn wäre ich mir auch sicher zu nichts zwingen. Es werden wahrscheinlich jetzt etliche sagen, schade um die. Carlos, der Käfchenkönig, war wahrscheinlich schon Kult. Ist wahrscheinlich immer noch Kult, aber ja. Ich sage einmal so, ich bin im letzten Augenblick nur mehr Mineral unterwegs gewesen, das ist etwas, was mir taugt und selbst da habe ich die Kamera nicht mitgehabt. Das Handy, das reicht mir vollkommen, ein paar schöne Fotos machen. Und selbst die habe ich nicht auf Instagram oder sonst irgendwo hochgeladen, sondern es war einfach kein Verlangen da. Das Ganze ist irgendwie gesättigt. Ich muss auch dazu sagen, die Füge, was man sieht, das ist, wenn man einen kennt, kennt man alle anderen auch. Und ich nehme mich da genauso wenig aus, das ist, wenn man ein Video von mir kennt, kennt man die anderen genauso. Also es wiederholt es immer nur, es kann keiner das Raubel neuerfinden und so ist es bei mir jetzt auch. Und es ist, die Luft ist einfach draußen. Ja, jetzt sieht mein Kaffee, habe ich ja schon daheim gemacht, in einer Flasche. Geht genauso. Ich war kein einziges Mal draußen. Mit einem Rucksack und irgendwas, gar nichts. Ich war nicht im Wald, das Einzige, was war, ich war Raubel fahren, Raubel fahren, Raubel fahren. Und das ist das, was mir im Augenblick taugt. Ja, ich werde jetzt noch ein bisschen überlegen. Die nächsten Wochen, Monate vielleicht sogar, kommt jetzt einmal sicher nichts von mir. Wahrscheinlich nicht. Ob da noch je einmal was kommt, kann ich nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ob sich da irgend noch was ändert. Ob der Spaß vielleicht einmal wieder kommt. Ich werde auch mein ganzes Zeugs verkaufen. Ich werde nur bei einer Grundausstattung bleiben und ein paar Kleinigkeiten. Das Ganze klumpert, wenn ich jetzt alles am Markt habe. Wenn man Interesse hat, ich habe unten, setze ich einen Link ein in die Beschreibung. Da geht es zu meiner Dropbox. Da habe ich jetzt eine Listen zusammengestellt, wo sie es hergeben will mit Preisen und so. Falls irgendjemand was haben will, schreibt es mir einfach an. Meine E-Mail-Adresse ist dort eh auch verlinkt. Und ja, wenn einer was will, kann er es gerne haben. Da sind auch eine Camcorder dabei, eine Actioncam ist dabei. Ja, meine Sony, die 6-4er werde ich mir wahrscheinlich gehalten. Die gebe ich auch nicht her, mitsamt die Objektive. Inzwischen noch nicht. Vielleicht fällt mir noch was anderes ein, dass ich das vielleicht auch noch verkaufe. und kriege mir dann quasi nur mehr die Sony X3000, die ich da jetzt gerade filme. Und vielleicht so eine Sony ZV1 und Audi 641 am Markt. Die hat eine Einbautszähle, brauche ich nicht für mich dumm tun. Ich weiß nur das eine, sollte ich je wieder kommen auf YouTube, dann wird sich sicher einiges ändern. Also, dass zwei Videos in der Woche kommen, das passiert ganz sicher nicht mehr. Also, das kann ich euch jetzt schon sagen. Wenn vielleicht eins im Monat, eins im drei Monat, ich weiß es nicht. Ich will da nichts zusagen, ich lasse das jetzt ganz einfach einmal alles auf mich zukommen. Und ja, wie gesagt, die Luft ist draußen und ich habe einfach keinen Bock. Da hat sie mir bitte zu keine Challenge nominieren oder irgendwas oder verlinken, weil ich mache sicher nicht mit. Ich brauche jetzt einfach meine Auszeit und will eigentlich nur ein bisschen Ruhe haben. Ich bin jetzt wieder einmal ein bisschen zur Donau runtergefahren. Da genieße ich meine Zeit, ich bin in dieser Woche noch in Urlaub. Diesmal war ich noch eine Woche insgesamt, den Rest habe ich durchgearbeitet. Ja, wie gesagt, ich war kein einziges Mal seit dem letzten Video. Das habe ich auch schon vorgeschnitten gehabt. Also eineinhalb Wochen. Ich war schon sechs oder sieben Wochen in meinem Wald. Ja, ist so. Ich kann es nicht ändern. Der Bock ist weg. Und von daher, ja, wie gesagt, einige werden wahrscheinlich traurig sein vielleicht. Einige werden vielleicht applaudieren. Tschüss, endlich ist er weg, der alte Trottel. Ja, man kann es natürlich kein Recht machen. Ja, ich will da jetzt gar nicht mehr lange mit dem Umreden um einen heißen bei Es weiß, um was geht, ob ich wieder komme und wann ich wieder komme, kann ich nicht sagen. Ich will nichts versprechen. Wann ich komme, seht es so ein Video. Nach dem jetzigen, was ich jetzt seht. Und wenn kein Video mehr kommt, dann bin ich fort. Ja, natürlich will ich mich noch einmal bei allen herzlich bedanken, die meinen Kanal so brav verfolgt haben, immer wieder einen Kommentar gegeben haben. Echt super. Spitze von euch. Auch für die Däumchen runter. Das ist mir auch egal. Das hat mich auch nicht distangiert. Ist halt so. Man kann es nicht jedem recht machen. Das wisst ihr. Ja, noch einmal herzlichen Dank für die tollen Kommentare. Herz und sonstiges. In dem Sinne, ich wünsche euch trotzdem allen noch viel Spaß. Ich wünsche euch viel Garde draußen und servas die Mauen und viert euch die Buben. Danke.